In diesem Video zeige ich die Herstellung eines Ingwer-Kurkuma-Schotts. Als Schott bezeichnet man Getränke, die überwiegend eben aus einer Zutat hergestellt werden. Es gibt im Handel zum Beispiel Ingwer-Schotts, die sieht man oft in den Kühltheken. Das sind dann meistens so 30 Milliliter Ingwersaft, meistens auch reiner Ingwersaft. Da liegen die Preise dann bis zu 9 Euro für 30 Milliliter. Und ja, wie gesagt, als Schott bezeichnet man eben einen hochdosierten Saft, der überwiegend in reiner Form gehandelt wird oder hergestellt wird. Hier möchte ich heute einen Ingwer-Kurkuma-Schott mit weiteren Zutaten herstellen. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf Ingwer und Kurkuma und Galgant ist auch noch mit darin. Und ich stelle das Ganze her hier in einem Entsafter. Das ist ein sogenannter Slowjuicer. Ein Slowjuicer hat den Vorteil, dass er schonend die Saftausbeute erhöht und praktisch den Saft trennt. In einem Behälter habe ich nachher den Saft und in einem anderen Behälter habe ich nachher den Trester. Also den Rückstand praktisch von der Saftpressung, den Obstrückstand, nachdem der Saft entzogen wurde. Oder vom Gemüse eben, den Gemüsetrester, nachdem der Saft entzogen wurde. Dieser Slowjuicer ist eben sehr effektiv, hat eine Saftausbeute von weit über 90%. Das Ganze eben schonend und im Saft sind nachher auch keine Fasern mehr. Man kann das Ganze natürlich auch herstellen in einem Mixer. Dann habe ich eben die komplette Frucht oder das komplette Gemüse mit dabei. Muss das Ganze dann nachher vielleicht noch durch ein Sieb geben oder durch ein Tuch. Aber ich würde immer empfehlen, um einen hochwertigen Shot oder einen hochwertigen Saft herzustellen, immer einen Slowjuicer zu verwenden. Unter diesem Video in der Videobeschreibung und hier oben habe ich diesen Slowjuicer auch nochmal verlinkt. Das ist wirklich eine Empfehlung. Der Slowjuicer ist auch nach dem Gebrauch sehr schnell zu reinigen. Das dauert so drei, vier Minuten. Dann ist das Gerät auch wieder sauber. Und das ist natürlich auch ein weiterer Vorteil. Gerade bei Küchenmaschinen oder Haushaltsgeräten ist es ja eben oft so, dass man die Geräte selten verwendet. Einfach weil der Reinigungsprozess nachher eben sehr aufwendig ist. Das hat man hier nicht. Als weitere Zutaten zu meinem Ingwer-Kurkuma-Shot habe ich hier tiefgefrorene Aroniabären, Süßkartoffeln, Mandarinen, Limetten, Äpfel und Karotten. Das Ganze mache ich jetzt mit diesem Slowjuicer hier eben. Und zeige jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir das Ganze jetzt hier soweit vorbereitet. Ingwer und Kurkuma habe ich nicht geschält, sondern einfach nur gut gewaschen. Die Mandarinen und die Limetten habe ich mir geschält, weil ich die Schale einfach nicht mit auspressen möchte. Dann habe ich hier noch Äpfel, auch einfach nur geschält und zerkleinert. Das ist auch alles, was man beim Slowjuicer vorbereiten muss. So in diesem Format kann man das Ganze dann auch sehr gut verarbeiten. So, ich mische das Ganze jetzt auch von Anfang an schon. Einfach damit der Saft sich auch von Anfang an schon ein bisschen vermischt. Daher gebe ich jetzt die ganzen Zutaten gemischt in das Gerät. Wenn hier mal was hakt oder verstopft, dann kurbelt man einfach, dann dreht man einfach nur einmal ganz kurz zurück und schon funktioniert das Ganze wieder. Man hat hier auch noch mal einen Stopfer, um das Ganze noch mal ein bisschen nachzustopfen. Jetzt meine Aronia-Beeren. Die Aronia-Beeren hier habe ich ein bisschen eingeweicht mit warmem Wasser, weil die ja, wie gesagt, tiefgefroren sind. Und jetzt mit einem langsamen Und jetzt geht's. Jetzt geht's. Man könnte jetzt natürlich auch das Ganze herstellen nur aus Ingwer und Kurkuma und vielleicht ein bisschen Limone, aber ich gebe hier auch einfach noch Apfel dazu, Mandarinen dazu, einfach damit das Ganze nachher ein bisschen milder wird vom Geschmack her. Jetzt geben wir hier nochmal Kurkuma rein, dann wird man auch gleich sehen, wie die Farbe sich verändert nochmal. Topinambur, Süßkartoffel, enthält auch sehr viel Saft und viele Ballaststoffe. Hier kann man jetzt eben auch schön sehen, dass mir jetzt die Pressrückstände von der Saftherstellung, also das reine Fruchtfleisch ohne den Saft. Und wie gesagt, die Saftausbeute hier bei diesem Gerät liegt bei weit über 90 Prozent, so dass ich da auch wirklich fast alles an Saft rauskriege. Ich kann das hier auch verschließen und das Ganze, dadurch, dass da jetzt ein bisschen Schaum oben drauf ist, gebe ich das Ganze nochmal einmal kurz durch einen Sieb. Und wenn ich den Saft dann abfüllen möchte, nehme ich mir hier mal so kleine Flaschen, so 200 Milliliter. Das ist auch so die Tagesdosis, die ich empfehlen würde. 200 Milliliter, hier abgefüllt, eine 200 Milliliter Flasche. Und dann stelle ich mir das Ganze im Kühlschrank und habe dann eben auch ein genaues Maß und weiß, was ich so von morgens bis abends trinken muss oder was ich noch trinken muss. Und das ist dann eben so meine Tagesration auch. Alle Zutaten und auch einen Link zu dem Slowjuicer hier, verlinke ich nochmal unter diesem Video in der Videobeschreibung. Da wird jetzt hier noch die restlichen Sachen durchgeben. Da wird jetzt auch die restlichen Sachen ausgeliefert. Ja, während ich jetzt hier noch die letzten Zutaten verarbeite und mir meinen Saft portionieren werde, möchte ich mich für heute schon mal verabschieden. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Das Rezept oder alle Zutaten und auch einen Link zu dem Slowjuicer finden Sie nochmal unter diesem Video in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne können Sie dieses Video auch teilen und abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal, damit Sie in Zukunft über neue Videos informiert werden. Vielen Dank! Sie haben Fragen oder Anregungen zu diesem Video? Dann nutzen Sie die Kommentarfunktion unter diesem Video. Haben Sie schon unseren YouTube-Kanal abonniert? Das Ganze ist für Sie völlig kostenlos und hat den Vorteil, dass Sie in Zukunft über neue Videos informiert werden und somit nichts mehr verpassen. Klicken Sie zum Abonnieren auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Dann werden Ihnen neue Videos in Zukunft sofort angezeigt. Vielen Dank! Und hier noch ein Hinweis zu unserem Online-Shop mit Aronia und Goji-Produkten sowie weiteren Naturprodukten und Pflanzen. Hochwertige Produkte bequem über unseren Online-Shop bestellen. Sie erreichen unseren Online-Shop unter www.conquite-shop.de Der Shop ist auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt haben wir uns in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir schauen! Vielen Dank.